Yo, Spike hier von Kanzler und Söhne. Heute der 26.8.2016. Unser Album ist draußen durch die Wende. Wir bedanken uns jetzt schon mal bei allen schätzungsweise 4.000 bis 4.000 Leuten, die unser Album gekauft haben. Vielen Dank. Feedback ist wirklich durchweg positiv bisher. Alle sind total begeistert von dem Album. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Naja, ihr könnt das Album überall kriegen im Internet, auf jeder Internetseite der ganzen Welt. Einfach immer in die Suchleiste eingeben. Kanzler und Söhne durch die Wende. Aber warum ich mich eigentlich heute bei euch melde, hier nochmal live auf YouTube oder Facebook oder wo auch immer. Es gibt noch ein exklusives Gewinnspiel zum Album. Und zwar ist... Sorry, sorry, sorry. Ich muss hier noch ein bisschen was machen. Ich sag euch am besten erstmal, was der erste Preis ist. Wir haben einen unglaublichen Hauptpreis. War einfach nur einer Super-Preis. Ihr könnt euch alle Freunde mitnehmen. Kann die Flüchte auch? Okay, jetzt mal. Reicht eigentlich. Also ihr könnt alle Freunde mitnehmen. Ihr könnt euch den Geldwert in bar auszahlen lassen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und es ist ein Preis, den mir eigentlich jeder gefällt. Ich muss nicht viel dazu sagen. Der zweite Preis ist auch möglich. Also hat uns das Team von Apple exklusiv zur Verfügung gestellt. Ja! Real gibt es den zu gewinnen und zwar... Ne, 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 ne. Ich bin schon noch zu Hause. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin mitarbeiten. Ja. Also alles, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur... Einfach nur... Einfach nur... Einfach nur... Einfach nur in die Kommentare posten und dann seid ihr dabei. Und dann werden exklusiv... Eigentlich gewinnen alle. Ihr müsst einfach nur das in die Kommentare posten. Das ist einfach nur easy. Okay, Kanzler und Söhne durch die Wände. Unser Album ist drauf.